Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelations Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben mit der guten Jill Und ja, hier kommen wir nicht durch, denn wir haben unsere Waffen nicht Und ja, in der letzten Folge sind wir Hätte ich bloß meine Waffen Ja Ja, und da kommt wieder so ein hässlicher Tombe Und hier haben wir nicht sehr viel Platz, um auszuweichen Und was haben wir hier? Ponte Von hier aus müssten es zur Brücke gehen Ja, ich hab mich ziemlich erschrocken gerade Renn, 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 lauf Lauf, Jill Gut Ja, das ist mir bewusst Mit Parker treffen Okay, wir müssen uns mit Parker treffen Und natürlich sind wir alleine jetzt hier So, wo geht's denn hier lang? Oh mein Gott, ein Badet Der Zimmer Oder eine Toilette Oder eigentlich sind hier ja mehrere Toiletten Grünes Kraut Das war klar, das war klar, das war klar Alter Fängt hier ja schon super an Mit der Folge hier Auf jeden Fall macht das Spiel mir eine Menge Spaß Auch wenn ich das schon mal durchgespielt habe, aber gut Gott, hier sind eine hohe Bilder und da Okay, er hat uns zum Glück nicht gesehen Boah, zwei Stück, ja Super Wie viele wollen denn noch kommen? Wo sind wir hier? Ne, eine Schrotflinte Eine Schrotflinte Könnte nützlich sein Hier kann man etwas einsetzen Super, jetzt brauchen wir etwas, um hier einzusetzen Wir haben ein paar Pistolen-Munition haben wir hier Aber super, ein Schrank, da kommt schon gleich wieder so ein Teil raus So ein Zombie Okay, weg, weg, weg Na super, wie soll ich an diese Oh, die zwei sind weg Da kommt aber einer Verpiss dich von mir Scheiß Zombie Boah Okay Okay, hier ist keiner, zum Glück Aber hier jetzt bestimmt Äh, ja Ähm, ich will dich nicht stören beim Fressen Also fress ruhig weiter Okay Scheiße, scheiße Schnell, durch, 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 durch Boah Okay Ich weiß nicht, ob er uns noch bemerkt hat Boah, hier ist kein Zombie Aber es kommt bestimmt noch gleich ein Zombie Uh, okay Ich will endlich wieder unsere Waffen haben, dann fühle ich mich sicherer Hier ist überall Nebel Okay, Pistolen-Munition haben wir voll, das ist sehr gut Ah, Parker Chill, alles okay? Ja, uns geht's gut Ja, aber auf dem Schiff wimmelt es von BOWs Okay Wir brauchen unsere Waffen Ja Ich glaube, ich habe sie vorhin gesehen Aber ich bin nicht herangekommen Ich brauche dich, um sie zu kriegen Wenn wir zusammenarbeiten, sollte es klappen Ja, dann lass uns loslegen Waffenbe-Waffenbergen Ja, das werden wir jetzt tun Und es speichert nochmal schön Wo? Ah, BOW fallen Das könnte genau das Richtige sein Wie setzt man die überhaupt ein? Ich habe keine Ahnung, wie man die einsetzt Ich gehe da jetzt einfach rein Okay, das habe ich jetzt Jetzt habe ich Ah, so Zuerst habe ich Kräuter verschwendet Tschüss Schnell hier durch Oh Mann, hier kommen noch mehr Ah, super Ähm, Hilfe Oh Mann, wir haben wieder keine Kräuter mehr Scheiße Ähm, tschüss Zombies Mach's gut Na, super Äh Verdammt Verflixt Verpiss dich von mir Ja, Parker Statt da rumzustehen Könntest du mir ruhig helfen, ne? Okay, scheiße Ich habe keine BOW fallen mehr Okay Lass uns einfach hier weitergehen Okay, wo sind unsere Waffen jetzt? Wir gehen mal hier Okay Von der anderen Seite verschlossen Super Muitionen sind wir voll Ah, was ist Spezialzubehör aufgenommen Custom Mason Clear Kit Oh, der Standard Gear Kit Das sind auf jeden Fall unsere Waffen Sehr schön unsere Waffen Unsere hübschen Waffen Die ab Die abhandengekommene Ausrüstung wurde Geborgen Oder mit Ja Wir haben sie auf jeden Fall wieder Hier können sie Waffenausrüstung oder wechseln Sie können sie außerdem Mit Zubehör ausrüsten sofort Sofern sie welche haben Jede Waffe, die sie aufnehmen Wird automatisch hier abgelegt Okay, wechseln sie mit F1 Bildschirme Um Spezialzubehör zu wechseln Ausrüsten Zubehör erhalten Schaden 1 Gut So Können wir hier irgendwas Schaden 1 Sehr schön Jetzt haben wir Jetzt macht unsere Waffe mehr Schaden Das ist sehr toll Können wir Okay, die Kisten können wir nicht kaputt machen Dann lasst uns mal wieder rausgehen Ja, und das ist sehr toll Jetzt lasst uns Ja, genau das machen wir jetzt Uh, das war ein guter Headshot Das war so ein guter Headshot Dass wir nur einen Schuss gebraucht haben Ähm, wie ging C war es, okay Gestern habe ich die letzte Folge aufgenommen Und habe vergessen Wie man den Genesis ausrüstet Aber gut Da ist ein Strang Den wir bestimmt nicht öffnen können Okay, lasst uns weitergehen Ein Badezimmer Ähm, haben wir hier irgendwo was Nein Wo sollen wir dann lang Können wir den Strang vielleicht doch öffnen Nein Ah War das Ich glaube Ah, das war glaube ich Das Raum des Parker auf Wo Parker eingesperrt war Okay Ich dachte gerade ich hätte da irgendwie eine Tür gesehen Da haben wir ein bisschen Pistolen-Mensuren Ich lade mal nach Und nehme mit Zack So Okay, die ist von der anderen Seite verschlossen So können wir nicht Ah Ein Augen Ich will schön was schauen Okay, nein Okay Nein, doch nicht So Dann lasst uns einmal hier wieder durch Ich glaube wir müssen wieder zu unserer Seite Zumindest da wo wir eingesperrt waren Weil da war ja eine Tür wo wir jetzt mit unserem Messer aufkriegen Na super Ich habe keine BOW-Fallen mehr Oh Das war irgendwie Wer hat Parker das gemacht Ich glaube ich war das zumindest nicht Nein Super Das war ja sehr schlau von mir Okay, er ist tot Sehr schön Scheiße Wir brauchen dringend grüne Kräuter Denn unsere Rest sind leider leer Okay Oh Mann, hier kommen nochmal zwei Nein Wow Okay, ich laufe hier einfach durch Juckt mich nicht Tschüss Parker Wir sehen uns dann Ach gut Okay, was haben wir hier? Kommen wir hier durch Die Tür ist verschlossen Daneben befindet sich ein Kartenleser Okay, wir brauchen eine Keycard Die werden wir wahrscheinlich irgendwo finden Oh, jetzt sind wir hier und es kommt noch mehr Bleibt gleich liegen Ja Ey man, ich treffe gar nicht Ich will Hedger treffen Los Stirb Verrackt du Scheiß Viech Boah Das war knapp Okay, er ist tot Dann mache ich mal Zack Und wir haben dann 100% Und wir bekommen grüne Kräuter Die ich aber noch nicht einsetzen Werde Denn ich werde sie sparen Hier haben wir Die Tür ist verschlossen Auf ihr ist ein Anker abgebildet Okay, lasst uns erstmal hier Wieder hoch gehen Und dann Wieder hier zurück gehen So, los, komm mit Parker Oh mein Gott Tschüss Zombie So, ja, viel Spaß Parker da drin Jut Hallöle Ich bin wieder da Oh Mann Scheiße, ich muss nachladen Verrack Verrack Nein, ouch Okay, Kräuter verwenden Zack Zack Okay, er ist he Hoffe ich Ja So, dann einmal wieder scannen Zack 11% So Guten Tag Das war ein guter Headshot Boah, das war knapp Verrack 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 Boah Das war auch wieder sehr knapp Okay So, wo war das Wo ging es hier lang Ich glaube, da war ich noch nicht Aber Oder Ja, ich weiß gerade nicht Mal so genau, wo es zurück geht Aber ich glaube, hier Oder Ah, hier waren wir Eingesp... Ah nein, hier war die Sturzflinte Okay, ja, wir brauchen immer noch etwas Um die zu nehmen Schade Da haben wir ein bisschen Pistolenmunition Können wir immer gebrauchen Außer natürlich, wenn wir Pistolenmunition voll haben Dann brauchen wir die natürlich nicht mehr Aber juts So, dann lasst uns mal hier Mal Kami von hier Ich glaube nicht Okay, doch Ich bin gerade ein bisschen verpeilt Irgendwie Lass mich durch So, tschüss Parker Kommt er mit? Ja Das ist schön So, komm mit Parker So, dann müssen wir hier jetzt Weiter lang Oh man Ich glaube immer den selben Weg Heute bin ich irgendwie ein bisschen verpeilt So, hier müssen wir weiter lang Okay So, hier sind ein Haufen Bilder Oh mein Gott Was bist du denn für einer? Wow Das war Sehr scheiße Verpiss dich Nein 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 Scheiße An uns geht es natürlich wieder sehr scheiße Lade nach Natürlich kommt er lieber zu uns Wir schmecken ja besser Verpiss dich Verpiss dich Scheiße Ja Parker, kannst du mir bitte ein bisschen helfen? Also wie viel hält der aus? Boah, der hat ganz schön viel ausgehalten Und wir haben sehr wenig Munition gerade Das ist sehr schlecht 27% haben wir Scannen wir den anderen noch Denn wir brauchen dringend Kräuter Oder etwas zum Heilen auf jeden Fall brauchen wir Sehr dringend Denn wir sind sehr verletzt So, hier ist Wieder ein Badezimmer Tschüss Oh man, okay Dann lasst uns hier mal weiter gehen So, Hallöchen Popürchen Oh man Tschüss Nein Unser erster Tod Super Das war super Du bist tot Ach echt, das habe ich noch nicht gemerkt Die Grundlagen der Steuerung können Sie im Handbuch im Menü nachschlagen Okay, fortsetzen Ja Ich möchte sehr gerne fortsetzen Ich möchte sehr gerne fortsetzen Fortsetzen Äh Fortsetzen Möchte ich Ja, Brücke aufsuchen Oh man, wir sind wieder hier Tschüss So, jetzt möchte ich gerne wieder Ähm Ja So, okay Hallo Hallöle Oh man, der ist schon wieder Nein Boah, okay Wir leben noch Tschüss Ah, wir haben noch Heilkräuter Gut, dann tschüss Oh Schon wieder die Schrotflinte Zwei Stück Tschüss Boah, wir sind gut ausgewichen Tschüss Also Parker Du lenkst die für uns ab Ne So, okay Da war Oh mein Gott Warte, jetzt kommt glaube ich wieder der eine Oh man Ey Und da Kommt auch noch Nein Tschüss Boah Der hat uns nicht erwischt Wie viel Glück haben wir denn Autsch Das hat uns aber sehr erwischt Nein Hilf uns Parker Ah Nein, 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 nein Tschüss Boah Verdammt Uns geht es natürlich wieder sehr scheiße So Nein, 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 nein Ich wollte eigentlich Ich dachte der wäre außer Gefecht Dass wir F drücken können Oh man, uns geht es wieder sehr scheiße Parker Helf uns mal Okay Wir haben denen ja auch nicht geholfen Wieso sollte der uns dann helfen Oh man Unsere Munition ist wieder sehr knapp Und unser Leben Auch Okay, der ist hier Wir haben keine Munition mehr Parker Übernehmen den mal Super, wir brauchen wieder Munition Gut, 11% haben wir uns Hier haben wir 14 Also 25 haben wir jetzt Ey, Mann So, ich werde es nicht schaffen Oh man Nein, 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 nein Hier war das Bart So, jut Dann gehen wir mal hier lang So Ui, kein Zombie Das ist gut Das ist sehr gut Hier sind wieder die Haufen Bilder Nein Parker, übernehme das mal Du übernimmst es ja Du machst das schon Denn wir haben auch nicht mal Munition Ja Und der folgt uns lieber Wir sind ja Wir sind viel zärtlicher Und viel leckerer Tschüss Scheiß Zombie Ach so Ähm, wenn wir jetzt wieder rein Ja, Parker Wie wäre es, wenn du dich um den kümmerst? Los, kümmer dich um den Lade nach und mach weiter Los Der andere lebt ja noch Können wir dir eigentlich auch Leben scannen Ja Wow, tschüss Los, Parker, mach das Tschüss Danke, Parker Wir schulden dir was Okay, hier haben wir eine Tür Wo geht es hier lang? Wo geht es hier denn rein? Ich glaube, ich spinne gleich Wir sind wieder Wir sind wieder zurückgelaufen Äh, boah Hat er die jetzt getötet? So, dann geht es hier bestimmt wieder Ja, wir sind wieder zurückgelaufen Wollen wir mal Wo geht es da jetzt nochmal lang? Pfff Lasst uns dann einfach mal hier Schauen Wo es hier nochmal lang geht Na super Nein, Parker Ich möchte hier nicht Tschüss Bei uns geht es echt scheiße Äh, wenn die Wenn die Viecher leben Dann bringen die mehr Mehr Prozent Beim Genesis Aber wir sollten auch noch leben Okay, da war die Strotflinte Hier sind die Haufen Bilder Also ich merke mir jetzt Haufen Bilder waren wir schon Da wo Haufen Bilder sind Der hat die noch nicht getötet Oh, wir können ein Bild anschauen Hä? Das ist ein Geheimfach Ein Safe mit einem Kartenleser Mit einem Kartenleser Ja, wir brauchen dann noch eine Karte Und der eine folgt natürlich nur uns wieder Ähm, Peter, äh, Parker Ich wollte schon Peter Parker sagen Okay So, tschüss Los Tschüss Okay, die sind beide tot Das ist sehr schön So, zwölf Prozent Und Also, den haben wir schon gescannt So, jetzt haben wir 61 Prozent Boah, wir brauchen dringend Ja, wir brauchen eine Karte Und wir brauchen dringend Ja, Kräuter Mann Wo geht es hier jetzt lang? Okay, hier sind wir, glaube ich, richtig Los, komm, Parker So, scannen wir den mal 20, 81 Prozent haben wir Los Mach den kalt Los, Parker Du schaffst es Ich glaube an dich Los, Parker Mach das Okay Und Einmal in die Fresse Boah Der lebt ja immer noch Warte, wie viel hält der denn aus? Okay, er ist tot So, jetzt Wenn er tot ist, können wir den, glaube ich, nicht mehr scannen Nein Ah, da war die Tür Okay, und dann war hier Hier wollte ich eigentlich nicht hin Denn hier ist ja auch ein Zombie Den wir da eingesperrt haben So, auf jeden Fall können wir jetzt hier durch So Das ist super, okay Ja, Pistolenmunition Sehr schön Wir laden mal nach Und hier ist ein Steuerrad abgebildet So, und hier sind bestimmt auch wieder ein paar Zombies Hallo Zombies Nein, Fahrstuhl Okay, wir haben einen Fahrstuhl Ja, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll Aber zack, einmal Knopf drücken Lot, komm Lot, komm Ähm, ja Los, komm Bitte wählen Sie Eine Etage Brücke natürlich Okay Jetzt geht's ab in die Brücke Zur Brücke So, und wir haben eine schöne Lampe aktiviert Alter, wieso Ruckelt das ein bisschen? Das ist nervig Hallo Hier ist jemand durchgekommen Ja, sieht wohl so aus Hier haben wir ganz viele Spins Wo nichts drin ist irgendwie So, haben wir hier was drin Ein bisschen Munition Schrotgewehr Munition Sagt nicht, wir haben was übersehen Um die Schrotflinte mitzunehmen Ich hoffe, wir haben nichts übersehen Aber ich denke, wir haben schon was übersehen Und die Schrotflinte ist schon weg Was sehr schade ist Oh, wir sind auf der Brücke Zur Kommunikation kann ich das wohl nicht verwenden Ja, funktioniert wohl nicht Ach, so, was haben wir Munition Kiste Pistole aufgenommen Munition Kiste erhöht die maximale tragbare Menge an Munition Sie können die Maximalkapazität über das Menü in Erfahrung bringen F2 Können wir jetzt F2 drücken? Ja Okay Ah, wir haben grüne Kräuter Sehr schön Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört Ja, war ja eigentlich klar Wir sind vollkommen manövrierunfähig Wie es aussieht Kann der Täter noch nicht weit sein Sag jetzt nicht, dass das der Schlecker war Mist, wir sitzen fließt Jill Halt, Pufferbreak Du zuerst Hacker Wer zur Hölle bist du? Episode 2 Doppeltes Mysterium Ende Ja, wir haben Episode 2 geschafft Pression 68% Eigene Tode 1 Ja, wir sind einmal gestorben So, jetzt sind wir bei Episode 3 Inhalt wird gespeichert Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus Ich denke nicht, dass ich meinen PC ausschalten würde Gut, speichern noch einmal Denn doppelt hält besser Und wir speichern einmal hier Ja Sehr schön Speichern beendet So, dann würde ich sagen Ich beende hier erst einmal die Folge Und dann, ja Die dritte Episode Starten wir dann in der nächsten Folge Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Ich würde mich über ein Post-Team Bewerbung freuen Über einen Kommentar und ein Abo Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ja, bis dahin Euer Panther Dann ciao